Eins Einen wunderschönen guten Tag zur neuen Runde GTA mit Dalu, Flocke, Kapuze, Nils, Alex, Payne, Julie, Tautra, Hotta, Items, Maru und dem Sachsen Hallo 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 Brau, Brau und schönen Tag Brau, 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 Brau Ich bin nicht ganz froh Gell, Items, Brau, 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 Brau So, man gibt auf Eins Gas, nicht dass ich schon wieder in irgendwen hinten reinfahre Ja, bei mir geht's einfach auf Klop Wie geht der nicht oro... Hast du gesehen? Also das für eine kovis Whoeee Vieee Fahrmal weiter ich möcht' doll Was machst du denn? Was ist da dabei, wir haben ein wichtiges Krabbelkä Beeeee Lass nur das Dach die abgelegte mit Wie geil war das denn? Was? 예 Ihr habt geblicktet oder? Jaja Mich мог wie der Rest ist Ja, ist gut? Er war des Nutsch Ich glaub das waren Ahhhh や Das ist dann schönen glacier Da warst du selbst schuld, Flocke. Ah, ich hab ihn gerettet, ich hab ihn gerettet. Das ist richtig. Ja, ja, deswegen hab ich dich herausgekommen. Oh Gott! Okay, Entschuldigung, ich bin ja falsch. Oh Gott, nein! Er ist sehr schwammig, er ist sehr schwammig. Okay, das ging nochmal gut. Ich hab mich auf einmal in euch reingelegt. Oh nein, oh nein, oh nein. Geh ein bisschen nach links, geh ein bisschen nach links. Da ist Items! Ja, da ist auch Items. Ey, was ist das denn für eine scheiß Mauer? Ich spring auf dich, ich leg auf mich! Das hätte ich mir gewünscht. Ja, das hätte ich mir gewünscht. Ich hätte mir das gewünscht. Ja, nein, ich war mir normalerweise. Oh mein Gott! Ich hab mir abgezogen. Oh, tschüss Kapuze! Wir haben Kapuze verloren im Looping. Verdammt mich! Das war nicht zu gut! Krieg deinen Zugtruf los! Nein! Auf Ende anders? Also im Looping hab ich mir irgendwie... Alter! Oder war das, weil wir am Anfang links gefahren, weil ich noch nie, glaube ich, links gefahren bin. Du bist rechts gefahren. Nein, ich bin ja manchmal dieses Mal links gefahren. Nee, das sind nicht Maru und ich. Ey, ich bin ja auch du Oba Bobo! Du Bobo! Maru und ich sind das Einzige. Schrocken, ey! Dalu kann nicht rechts gefahren sein. Bin ich auch nicht. Es sah auch anders aus. Weil, dann wäre der bei mir. Links gefahren. Deswegen kenne ich den Abschnitt da nicht. Weg! Das Ende ist nämlich anders. Aber irgendwie war das Scheiß-Kanal. Alter, das Auto ist nicht mehr lenkbar. Alter, das Auto ist nicht mehr lenkbar. Nee, eigentlich hast du nur gespielt. Es ist nicht gespielt, das Ende war nicht so. Da war noch ne Extraschlaufe. Wir können mal gucken, ob's anders aussieht. Alter, sagst du! Du bist tot! Also ingame! Ich korrigiere mich, ingame. Ich hab das Tod auch gar nicht mehr gehört, aber mir gedacht. Nee. Wieso komm uns Leute denn gegen? Aber wieso kommst du denn noch so angeschissen? Ich komm so angeschissen, weil ich dich mag. So, deswegen nicht. So flirtete Sack, Alter! Ich komm so angeschissen, weil ich dich mag. Wer auch immer nie sieht, kick den mal raus. Machst du ja auch nie. Doch, er ist aber nicht bei dir. Doch, was ist halt los? Keine Ahnung, das ist so ne Scheißkarre. Mach mal ein Dildo aus. Da hat mir geschnurrt. Das ist der Moment, wo ich dich eigentlich betrügen müsste, gell? Das ist gespiegelt. Das ist anders geworden. Sorry Dalu. Ich hab sogar noch angesprochen in dem Moment. Du hast gerade den ersten Platz manipuliert. Ja. 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 Das ist... Die Map ist ganz cool, aber ich glaub die müsste schneller sein. Ja, und das Auto ist... Juli, Juli... Immer stabil gehalten. Da wird nix passieren. Da wird nix passieren. Da links muss echt anders. Ja, ist es wirklich. Der Kurvenverlauf am Ende ist anders. Da ist auch noch eine Rampe mehr. Ne, ich glaube das ist einfach nur... Rechts hast du erst eine Rampe und dann eine Kurve. Und links hast du erst eine Kurve und dann eine Rampe. Das ist eine blöde Kurve, dass die Hüfte reißt, hat er gesagt. Achso. Ja gut. Also die Hüfte reißt du mal. Ich bin jetzt aufgerechnet alle Spaß. Mhm. Sehr gut. Ich bin so froh gerade. Seid ihr überhaupt noch in meiner Lobby? Ich seh nämlich keinen mehr. Ja. Keine Ahnung, wie die alle sind. Nein. Es kann sein... Es kann sein, dass... Aber es ist schön hier so alleine zu fahren. Ich bin sehr mit mir selbst. Es tut mir leid, Alex, aber Il zwar immer nett zu mir. Weißt du, das ist das Problem. Du warst auch nie böse zu... Wie ist denn mein Reifen kaputtgelegt? Echt? Das glaube ich dabei passiert, wo ich Alex rausgehauen. Wow, du hast Alex rausgehauen? Ja. Ich hab dir den Sieg geschenkt. Schon vor ner Runde. Ey. Das ist ja hier, aber... Fan Service? Damit haben wir nichts zu tun. Fan Service? Doch, ey. Indirekt bist du schuld, Nils, ja. Weil wenn Dalu erster wäre, dann hätte er nicht Dalu rausgekickt. Oh, wie bin ich denn siebter geworden? Wer ist denn jetzt hinter mir? Nein, 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 nein. Nicht tun will. Au. Ich glaube, dass rechts lang kürzer ist, oder? Dacht ich. Dacht ich auch. Also ich hab jetzt gerade Hotter einmal ziemlich krass überholt, weil ich rechts lang bin. Ja. Oh Alex, aber du bist gut hinterher gekommen. Ja, ich bin überhaupt noch aufgeholt. Und da bin ich wieder Achter. Und da bin ich wieder siebter. Und da bin ich wieder siebter. Hä? Das könnte gleich schon enden. Alex, kann ich das Messer wieder haben? Äh, weil du auch zwei verschiedene Bahnen fährst, Blocke. Ah! Nächster. Danke. Oh. Aber den Nächsten dann, ne? Oh, Payne. Das war ja niedlich. Boah, das hat er denn schon fast nicht geschafft. Payne hat nochmal gebremst, damit ich siebter werde und nicht achsen, dass die Hälfte reicht. Ah, aber dieses Auto. Ah, das ist schon so gut. Das ist nicht anständig, das Auto auch. Es ist einfach... Ich hab zweimal den Sprung nicht geschafft. Dann zweimal... Der liegt dann aber auch auf. Der liegt aber auch am Benutzer. Entschuldige, locker, schaffst du doch. Nur noch eine Gute. Wie immer sitzt der Fehler zwischen den Kratten und Sitz. Da, ich bin nicht mal im Ziel. So sieht's aus. Das war ja. Du warst so staub. Oh, der Schwuckele oder was. Ich war wirklich konzentriert. Und ich denk mal, und da vorne war das blöde Ziel und nix. So ein blödes Spiel. Bitte den stellieren. Rechts, klingst du weg. Rechts, klingst du weg. Den brauch ich schon nicht mehr. Da, da. Oh, oh. Kondoran, was ist mit dir? Ja, aber ich kann ihn ja nicht... Ich hatte ihm ja damit... Wie soll ich ihm denn damit jetzt gerade eben den Komplettsieg geschenkt haben, Alex? Ich weiß nicht, ob Nils mal nach 5 war. Nils war auch schon mal nach 5 auf, ja. Kapuzen, Johannes. Ich bin der... Kuntran, schaffen wir das noch? Nee, glaub ich nicht. Was ist los heute, Daniel? Kapuzen, Johannes. Einer ist raus. Wer ist das? Ich bin rausgeflogen. Bei dir wird's länger laden, oder? Weiß nicht. Aber Alex tritt ja auch noch bei. Achso, nicht mehr. Ja, ich lad irgendwie immer in die richtige Welt rein, vorher. Keine Ahnung, was da los ist, heute. Die richtige Welt, da musst du mal das Fenster zu ziehen. Cool, dass du das gerade sagst, während hier ein Flugzeug fliegt. Und ich das gleiche gerade... Ist das gut deswegen? In welchen Richtungen? Das weiß ich nicht. Alles werde ich mal bauen. Richtung Norden. Für den Alex, heute kam ein Backofen. Der Backofen? Der Grillofen oder der Backofen? Der Grillofen kann ich Henkin auch machen. Der Omnis. Omnis? Bist du sicher, der Alucard? Ja, aber ohne Lackierung. Das ist aber schlecht. Wichtig ist wichtig. Welcher? Omnis? Was? Omnis? Das ist schneller. Flocke, das müsstest du wissen. Hä? Müsst du schneller? Hast weniger Luftwiderstand. Ja. Ist aber echt so. Ja, aber ich habe ja mit Lackierung, also habe ich nicht weniger Gewicht. Ach Gott, der Kapuzi schaut aus. Ja, ein bisschen langsamer. Ja, richtig. Jetzt war ich gerade verwirrt, weil du gesagt hast, dass wir schneller arbeiten. Ich habe keine Farbe, Alter. Ich meine, du musst das hier wissen. Du bist aber in der Gesellschaft. Ach, das meinst du? Schmuckelem. Kilo. Tonnen. Ilos. Obey steht hinten. Das ist die dümmste Marke, das es gibt für die Obey. Wir machen doch die Tampons, oder? Ich kenne die Map gar nicht. Ich durfte in der Lobby mit bei euch sein. Oh, die ist doch nicht direkt am Anfang hier vorne, oder? Ich würde gerne springen jetzt. Alter. Das ist deine Spur. Ich habe nur jemanden. Sag, sag, sag. Ich habe Echsen noch vorne. Das wäre ein Name. Das wäre ein Name. Sachsenboy, fuck yeah. Wow, Items. Alter, was denn? Was für ein Sprung, ey? Ja, das gibt extra IP, aber im Endeffekt ist das eigentlich nur für die Katzenliebhaber. Wie bist du da so schnell weg? Oh, Juli. Besser gelandet. Wow! Ja, ich bin ziemlich... Ich kann nicht sagen, wie das funktioniert, aber es funktioniert auch gleich. Ist aber schnell gewesen. Hast du es gesehen? Holy fuck. Schnell. Ich wurde selbst rausgehauen. Oh, oh. Scheiße, ich bin nicht so krass. Was ist denn da bei euch los, ey? Was hast du denn gemacht, du Führer? Nein, 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 nein. Was ist das denn? Ich habe einen Schraub. Ich habe einen Schraub. Ich habe einen Schraub. Ja, aber es geht ja aus. Ich habe einen Schraub. Ich habe einen Schraub. Ich habe einen Schraub. Nein! Genau deswegen, Tau Tau! Tu mir nix! Oh nein! Ah, jetzt ist Alex weg! Die Runde ist kurz, ne? Die Runde ist wieder kurz. Was ist denn da? Was ist denn da? Ja, ich dachte, ich weiß nicht! Ja, ich weiß nicht! Ja, nein! Ja, nein! Immer noch! Wir sind wie ein bisschen da reingefahren! Du hast hier! Oh, lol! Willst du dich nicht von Sachsen entschuldigen? Einfach auf Weiß fahren! Das ist eine Lüge! Aber willst du dich nicht von Sachsen entschuldigen? Doch vielleicht! Nein! Guck an! Meinst du hier vorne mitfahren? Aufsache nicht letzter, ne? Boah! Ich bin der letzte Scheiß! Alles gut! Alles gut! Nein! Ich hab dich nicht getroffen! Nichts! Das ist ja entspannt, auf Dreck zu fahren mit dem Ding! Ja! Was tut denn hier hin? Ja, siehst du? Ja! Ja! Wenn man so fährt... Ups! Wiggle, wiggle! Wiggle, wiggle! Wiggle, wiggle, wiggle! Wer ist denn der jetzt schon wieder da? Wer ist das? Scheiße! Wer ist das? Wer ist das? Was ist das? Wer ist das? Wer ist das? Du bist so blass! Du hast zu viel Steigung mitgenommen! Du liebst den Blöden! Nein! Du hast mich rausgedrängt! Rami! Natürlich! Rami, Glocke! Er kann nicht gewinnen! Das geht nicht! Kann er auch nicht, weil ich jetzt gewinne! Aus dem Weg! Hui! Was ist denn mit dem Schatten oder so? Oh fuck! Das tröstet mich nicht! Es war so klar! Ich konnte es vorher sehen! Jaaaa! Wie viel... Wie viel Punkte das hier gibt, wenn ihr Freund? Äh... Drei Stück! Ich glaub wir sind gleich dran! Ta-da-da-da-ba-da-pa-da-pa! Ja stopp! Ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-de-da-da-da-da-da-da-da-da! Schau zu, schau zu, schau zu! Wieso ein Kind im Schwimmbad? Schau sie sich einfach mal das schwache! Ich hab ein Salto gemacht. Ich hab ein Salto gemacht. Ich hab ein Salto gemacht. Philipp, keiner geil. Mein Salto. Keiner hat's gesehen. Deswegen hab ich gesagt, schau zu. Ja, wenn wir am Ladewagen sind, können wir nicht zu spielen. Scheiße Autos. Ich hab's noch mal. Ich hab auf mich gesetzt und auf Dani. Und? Ja. Auf dich setzen ist aber auch nicht. Ja. Selbstbewusstsein. Das war eine weitere Runde GTA. Wenn's euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Tschüss.